Ich bin gerade im wunderschönen München. München liegt in Bayern. Bayern ist ein Bundesland. Insgesamt gibt es 16 Bundesländer in Deutschland. Lass uns mal zusammen alle Bundesländer und ihre Hauptstädte wiederholen. Bayern, München. Baden-Württemberg, Stuttgart. Brandenburg, Potsdam. Hessen, Wiesbaden. Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. Niedersachsen, Hannover. Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. Rheinland-Pfalz, Mainz. Saarland, Saarbrücken. Sachsen, Dresden. Sachsen-Anhalt, Magdeburg. Schleswig-Holstein, Kiel. Thüringen, Erfurt. Und es gibt noch drei große Städte, die zugleich Bundesländer sind. Berlin, Hamburg und Bremen. In welchem Bundesland lebst du?